Welcome App Germany ein Projekt der IT hilft GGMBH. Die Welcome App gibt es gratis in den App Stores für Apple, Android und Windows. Die App aktualisiert automatisch alle Daten und startet dann. Die App bietet viele allgemeine Informationen zu Deutschland und dem alltäglichen Leben. Außerdem bietet sie viele regionale Informationen und Kontakte. Zum Beispiel Rosanna, die aus Spanien kommt und in Deutschland studiert, findet in der Welcome App viele Informationen dazu. Auch Ahmad, der aus dem Iran geflüchtet ist und in Deutschland Asyl sucht, findet in der Welcome App viele wichtige Informationen. So ist die Welcome App Germany die beste Informationsquelle für Migranten, Zuwanderer, Auslandsstudenten aber auch Flüchtlinge auf PCs, Tablets und Smartphones.